Willkommen zur Kritik zu Independence Day 2, Insert Random Subtitle. Oh, sorry, Resurgence. Man hätte es auch einfach Independence Day 2 nennen können, aber nein. Vor allem, wenn man in der heutigen Zeit ein großes Franchise draus machen möchte, darf man natürlich nicht vorweg geben, dass man dann irgendwann bald bei Teil 28 ankommt oder so. Also arbeitet man lieber mit irgendwelchen beliebigen... Weißt du, man hätte es auch irgendwie Revengeance nennen können. Independence Day 2, Revengeance oder so. Es ist egal, es ist egal, was da unten steht. Das einzige, was ich lese, ist Independence Day 2 und die Frage, ob es wirklich einen zweiten Teil gebraucht hätte. Aber damit habe ich mich nicht auseinanderzusetzen. Es gibt jetzt den zweiten Teil und wie ist er? Ich spanne Leute ein bisschen auf die Folter, weil da vor allem ich jemand bin, der nicht alte Filme heranzieht, um neue Kritiken draus zu machen. Nutze ich immer diese Gesamtkritiken dafür, dass ich sage, okay, reden wir kurz über Independence Day 1, aber wirklich nur ganz kurz. Ähm, Roland Emmerichs Karriere startete praktisch damit, ähm, als zuvor Stargate. Erinnern sich Leute überhaupt noch an den ersten Stargate-Film, der auch ein Roland Emmerich-Film war? Ähm, der glaube ich nicht so gut ging. Independence Day läutete gar eine neue Ära an Blockbusterfilmen ein, würde ich sagen. Ich würde eventuell sagen, Independence Day hat erst den Status an Blockbuster-Filmemacher ermöglicht, wo Leute wie Michael Bay heute sind. Würde ich sagen, das haben sie Independence Day zu verdanken. Roland Emmerich wollte ja auch immer der neue Spielberg sein und Independence Day hat so das, das, das generischste und dümmste und, äh, am meisten in your face genommen, was Spielberg-Filme an Unsubtilem zu bieten hatten, in ihrer Qualität. Und, ähm, das hat eine neue Ära eingeläutet. Leider, ähm, ich finde bis dahin konnte man sagen, ja, mit Jurassic World und so war auf jeden Fall, äh, Spielberg noch, hatte da noch die Hand am Hebel. Ähm, danach jetzt nicht spezifisch Roland Emmerich, weil seine Filme ja auch immer mehr und mehr abkackten. Ähm, tatsächlich sogar auch noch zusätzlichen Qualität, wobei schon Independence Day nicht gut war. Ähm, aber entsprechende Leute haben den Laden übernommen, die sich an Leuten wie Roland Emmerich orientierten. Und das ist schlimm. Das ist schlimm und dafür hasse ich Independence Day und speziell Roland Emmerich. Leute wissen, ich kann Roland Emmerich nicht ausstehen. Weswegen ich mir, ähm, so wie es die meisten Leute wahrscheinlich auch wollten, mir die letzten zwei Filme von ihm geklemmt habe. Ich habe mir nicht 2012 angeschaut und ich habe mir nicht White House Down angeschaut. Weil es einfach nichts bringt. Ich hasse diesen Typen. Alle seine Filme sind eine absolute Oberkatastrophe. Es wäre unfair, mit entsprechenden Vorurteilen da reinzugehen und das Ding zu kritisieren. Aber ich gehe immer in Filme rein, wenn ich eine Chance sehe, dass sie eventuell gut werden könnten oder mich zumindest unterhalten könnten. Und dann bin ich immer mit dabei, in Filme reinzugehen, auch wenn ich den Regisseur vielleicht nicht mag. Und in diesem Fall sagte ich, okay, also Leute sollen jetzt auf jeden Fall wissen, woher ich kam mit diesem Film, warum ich mich dazu entschloss, reinzugehen. Und ich sagte mir, okay, ähm, vielleicht schaffen sie es tatsächlich mit dieser grundlegenden Idee, da jetzt eine Science-Fiction-Welt draus zu bauen. Ähm, praktisch ist es die Zeit danach. Wir haben die Technologie der Aliens in unsere Technologie implementiert. Deswegen haben wir jetzt praktisch Spacecrafts, die, also praktisch, praktisch normale, normale Abfangjäger, die jetzt auch im Weltraum operieren können und ähnliches. Und ich habe mir gedacht, okay, zumindest vom Visuellen her ist es auf jeden Fall mehr, als der typische Roland Emmerich-Film zu bieten hat. Da haben sich ein paar Leute Gedanken drüber gemacht, das ist ja cool. Ähm, ähnlich wie die Transformer-Filme, und das kann ich im negativen Sinne jetzt schon vorweg geben, war es total over-busy, das Ganze. Ähm, du hast keinen Fokuspunkt mehr gefunden, weder in den Farben, den Formen oder dem Kontrast der Bilder. Äh, alles ist zu einem einzigen riesigen Hotschpotsch aus, aus Feuer und Wasser unten und durch die Luftgewirbel und Zahnräder verschwurbelt worden in diesem Film, dass es einfach nicht schön zum Angucken war. Aber es soll ja noch nichts vorweg geben, was ich zu diesem Film zu sagen habe. Ähm, ich hoffte mir halt, dass man es schaffen würde, sowas rauszuhauen wie Pacific Rim. Das wäre so awesome gewesen, weil ich dachte mir, ja, Pacific Rim war auch totaler Schluck, aber sie haben interessante Ideen mit dabei gehabt und nette Charaktere und einen ordentlichen Plot, haben das Ganze wirklich gut fokussiert, haben ordentliches Drama mit dabei gehabt, aber auch ein paar gute Witze und wussten einfach, die Leute, die das sehen wollten, auch entsprechend abzuholen. Und ich hoffte halt, dass dieser Film sich gewahr war, wie, wie doof er ist und, ähm, da, weiß ich, praktisch in, 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 in den höchsten Gang schalten würde, was er auch bis zu einem gewissen Grad probiert hat und einfach Spaß damit haben würde. Und jetzt, da ich den Film gesehen habe, ähm, all das, was ich sagte, haben sie getan, aber nicht mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass sie einen Film für Zuschauer machen, sondern nur mit dem Gedanken im Hinterkopf, oh, das finden wir als Regisseure oder als Autoren jetzt irgendwie lustig, oh, ist das, ist das nicht lustig, wie wir uns das selber jetzt auf die Schippe nehmen, und haben sich keinen weiterführenden Gedanken mehr darüber gemacht, ob das auch wirklich entertainend für Zuschauer ist. Ähm, ich kann definitiv sagen, ich glaube, in dem Licht sieht man es nicht gut, äh, ich trage die Farbe, ich trage ein braunes Shirt, die Farbe der Scheiße, das passt absolut perfekt für diesen Film, denn es war bisher zumindest, wir können ja noch einiges dran verbessern, aber es war der definitiv schlechteste Film dieses Jahr überhaupt. Ich würde eventuell sogar so weit gehen zu sagen, eventuell, wenn ich jetzt eine Flop 100 machen müsste, mit den schlechtesten Filmen, die ich je gesehen habe, wäre eventuell dieser Film mit dabei. Und es wird schwierig sein, das zu erklären. Nein, ich meine, der grundlegende Punkt ist vollkommen schnell erklärt, warum dieser Film an der Grenze des Zumutbaren sich befand. Weil, gehen wir es der Reihe nach durch. Nein, ich werde es jetzt nicht im Großen und Ganzen, ich möchte es da wirklich ins Detail gehen. Ähm, der Anfang. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, während so Filme wie jetzt eben Pacific Rim, äh, mit einem charmanten Anfang starten, weißt du, du hast diese Figuren, weißt du, die sind nett und du kapierst, um was es geht, es hat einfach, es hat einfach Atmosphäre, es hat Charme, du weißt das Ganze zu schätzen. Und, ähm, du beginnst sogar mit ein bisschen Drama am Anfang, Pacific Rim. Und, ähm, du weißt, wo die Figuren stehen, du weißt, was los ist, du weißt um die Problematik innerhalb der ersten paar Minuten. Und was bringt Independence Day Resurgence? Okay, eine Montage durch irgendwelchen Wolkennebel und im Hintergrund hörst du so ein Signal von der damaligen Ansprache des Präsidenten, Oh, Independence Day, 4th of July! Und ich denke mir, äh, gut, okay, ich kapiere irgendwo, was sie machen wollen, aber irgendwo doch nicht, wo führt das Ganze hin? Und dann, oh, Zoom auf dieses super mega schlecht gerenderte Mutterschiff der Aliens. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie ein spezieller, cartoonhafter Grafikstil am Anfang sein sollte oder ob das einfach nicht fertig gerendert war. Aber, okay, wir, wir cutten dann praktisch ins Mutterschiff und, äh, wir, wir haben dieses Ping-Signal und der Alien drückt drauf und sieht, weißt du, so eine Karte von, von, von unserem Sonnensystem und blinkt, blinkt, blinkt die Erde und der klickt drauf und dann kommt, äh, halt verschiedene Bilder, wie die Raumschiffe abgeschossen werden und in Slow-Mo der Präsident und, und, oh, das sind unsere Feinde. Go get them. Und ich denke mir, wow, das ist, ich war überwältigt. Ich, ich war überwältigt von der, von der Direktheit, wie, wie sehr die Autoren oder auch Roland Emmerich an dieser Stelle mal wieder meinten, die Leute, die das anschauen, sind die allerletzten Deppen. Weißt du, du musstest ihnen praktisch auf einen Silberlöffel in den Arsch stecken, um was es jetzt geht. So hier, das ist, das ist der Präsident und die Aliens sehen jetzt den Präsidenten und, und deswegen halten die, die Aliens den Präsidenten jetzt für böse. Und ich denke mir, das, das ist, das ist der Wahnsinn. Und ich weiß nicht, du bekommst sofort so einen Vibe oder so eine Rückversicherung von diesem Film. Ich weiß nicht, woher, ich kann es nicht direkt benennen. Nein, aber vor allem, wenn du die meisten Roland Emmerich Filme gesehen hast, denn ich habe die meisten gesehen, du hältst so eine, eine Instant-Rückmeldung, dass der gesamte restliche Film so sein wird. Und das, ich weiß nicht, weißt du, go big or go home, mach es gleich richtig oder gar nicht. Dieser Film hat sich dazu entschieden. Ne, ich, ich, schon von Beginn an werde ich darauf vorbereitet, was mich jetzt die nächsten fast zwei Stunden erwartet. Ähm, es war brutal. Es war eine der brutalsten Sitzungen, die ich zumindest dieses Jahr hatte. Kann ich unter Garantie versichern. Ähm, das Schlimmste an diesem ganzen Film sind die Dialoge. Oder allgemein die Schreibe. Ich weiß nicht, worauf ich da jetzt meinen, meinen Finger legen soll. Ähm, mit dieser, diese, diese Exposition am Anfang. Wir jetzt hier auf der Erde haben einen neuen gemeinschaftlichen Staat gegründet, seit wir seit 20 Jahren keinen Krieg mehr hatten, als die Aliens auf unsere Erde kamen. Wir haben ihre Technologie verwendet, um die Gravitation zu besiegen und um, es... Wow, okay, danke Film, ich hab's kapiert. Es ist, es ist wie, als hätte der Film zu mir gesprochen. Es... Es ist der totale Wahnsinn. Äh, wie als hätte es ein fünfjähriges scheiß Kindergartenkind geschrieben, Mann. Es ist unglaublich, dass für sowas Geld verlangt werden darf. Und, äh, es geht weiter und weiter und weiter. Wir haben dann, oh, den, den Sohn von, von Will Smith, der jetzt halt ein Fighter-Pilot ist. Und dann Dialog mit dieser Assistentin vom Weißen Haus hat, die dann, oh, da oben ist dann Liam Hemsworth. Ihr wart's doch mal, beste Buddies. Ich hoffe, ihr werdet's euch wieder großartig verstehen. Cut zu, äh, draußen auf dem Mond, wo Liam Hemsworth jetzt ist, was sie nur mit eingebaut haben, um dann eine Chase-Sequence zu haben, zurück zur Erde, als dann praktisch das, das, das Mutterschiff dann auf der Erde landet. Ich mein, es ist, es ist so viel Plot-Setup für absolut die lächerlichsten Sequenzen überhaupt. Und, und, es dauert, um jetzt zum Punkt zu kommen, sorry für diese lange Einleitung. Weil ich möchte mich jetzt nicht prügeln durch all diese weiteren grauenhaften Dialoge und 100 Millionen Subplots, die sie drin haben. Mit, oh, Judd Hirsch muss dann vor dieser Riesenwelle mit seinem kleinen Kutterboot abhauen. Und dann, oh, warum hab ich nur ein Boot gekauft, oh, das ist totaler Oberwahnsinn. Weißt, keiner dieser Regisseure war irgendwie bereit, zwei Meter zurückzutreten, auf das Bigger Picture zu gucken und sich zu sagen, hey, weißt was, der Film dauert zwei Stunden mit einer Prämisse, in der du höchstens einen halbwegs entertainenden eineinhalb Stunden Film füllen kannst. Vielleicht sollte man meinen miesigen Scheiß-Subplot rausnehmen. Und das ist, was ich damit meinte, niemand hat an die Zuschauer gedacht, sondern, sondern jeder meinte, er ist jetzt der tollste und intelligenteste. Vor allem mit solchen Querreferenzen dann von Jeff Goldblum, wo sie dann die, die, ähm, London Bridge platt machen. Oh, oh, sie nehmen sich wirklich die Denkmale als erstes vor, hä, hä, kapiert's das? Das war fast eine Form von Self-Awareness. Das, das, es ist, ich, ich würde, und du weißt, das, 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 dafür war Roland Emmerich zuständig für D-Line. Und das, es, es ist, es, es ist wirklich wie, als würde der Film in mein verschissenes Gesicht spucken. Und eben gleich würde ich's dem Film gerne wieder zurückgeben. Ähm, weswegen, Leute, da sich vielleicht meine, äh, aggressive Haltung erklären können. Wie gesagt, selten kommt es noch vor in letzter Zeit. Leute wissen es und ich hoffe, Leute finden es entertainend. Ähm, aber die eigentliche Problematik liegt in all dem und noch mehr, ähm, im Aufbau des Films. Ähm, bis die Aliens kommen. Also praktisch bis das Mutterschiff eintrifft. Und wir haben kein Build-Up. Ich möchte darauf hinweisen, im Gegensatz zu Independence Day, der das richtig gemacht hat, der praktisch sofort damit startet, da draußen ist irgendwas, ist hier alles vollkommen okay, weil ist alles in Ordnung. Deswegen haben sie ja auch den Teaser am Anfang gebracht mit, oh, die Aliens kommen, weil sie über 45 Minuten lang komplett vergessen zu adressieren, oh ja, irgendwann kommen noch die Aliens. Die Aliens sind dann ab Minute 45 einfach da. Äh, es ist irre. Es ist absolut irre. Äh, und ich dachte mir dann, okay, jetzt beginnt der Film endlich. Nein, das Mutterschiff braucht 20 Minuten. 20 Minuten, um auf der Erde anzukommen. 20 Minuten. Wir gehen, wir gehen Dinge zum Zertrümmern aus, weil mein Tisch ist eh schon lädiert genug. Ähm, wir fehlen die Worte. Und selbst als sie dann diesen Miniaturplot an, wir fliegen jetzt ins Mutterschiff rein und bombardieren es von innen bringen, wird es hin und her quergecuttet zwischen, oh, Judd Hirsch findet da jetzt irgendwie diese Kinder und bringt die nach Area 51, wo es sicher ist, bis es dann auf einmal nicht mehr sicher ist. Und, äh, Brad Spiner, also Data aus, äh, Star Trek, ja, wacht dann wieder auf, obwohl er eigentlich im letzten Film gekillt wurde und kapiert dann, wie die Aliens funktionieren. Und es ist, es ist, es ist nichts zum Aushalten. Es ist wirklich für mich kaum, kaum zu verarbeiten, wie scheiße das alles war. Und das Einzige, was, was, was dann entertainend war, das gebe ich zu, das war die Alien-Königin am Ende. Das war das Einzige, wo ich ein Gefühl hatte, neben all diesen total unübersichtlichen, grafisch nicht ansprechenden Transformers-Effekten, dass sie da eine Idee hatten. Und ich mir dachte, wieso, wieso hat man den Film nicht kleiner gemacht? Weißt, praktisch vielleicht auch mit einem kleineren Budget und hätte nur die Alien-Königin gebracht. Weißt, praktisch, praktisch, irgendwie, wie, ja so, ja gut, dann kannst du halt eben die Schauspieler nicht mehr hernehmen. Und ich denke, das ist das große Problem, weil ich hab mich eigentlich drauf, weil ich wollte jetzt sagen, okay, wie wär's, wenn wir direkt an Independence Day anknüpfen, ja, aber dann kannst du die Schauspieler nicht mehr mit rein, weil Jeff Goldblum ist auf einmal 20 Jahre älter. Ähm, aber das, 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 für mich das größte Problem waren die Figuren, weil, ich finde, die alten Figuren in Independence Day hatten Charme. Ich finde, sie waren nett und hatten Charme und ihre Probleme wurden gut erklärt, im Gegensatz zu diesem In-Your-Face-In-Diesem-Film. Weißt, als Judd Hirsch dann eben mit, ähm, Jeff Goldblum redet im ersten Film, dass, äh, ja, okay, so, und ich kapiere, du hast dann MIT studiert, ähm, ist ja alles okay, ich weiß, du bildest dir da immer noch was drauf ein, aber, äh, die Leute da im Weißen Haus, ich glaub, die haben entsprechend gute Leute, vielleicht wartest du lieber auf einen Anruf von HBO, ich glaub, die können dich brauchen. Weißt du, und ich muss sagen, das war, das war echt nett. Du hast es kapiert und ich glaub, ein Vater würde auch so reden in so einer Situation. Und das war, das war süß und nett und naiv. Und, 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 und dieser Film meinte, er ist jetzt so super clever. Und, und das hat ihn unausstehlich in meinen Augen gemacht. Ich geb dem Film eine 2 von 10. Und er wird wahrscheinlich Platz 1 dieses Jahr belegen. Das ist jetzt fast unanfechtbar, würde ich sagen. Weil, ich mein, wir sind schon Mitte Juli. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch unterboten wird. Äh, dementsprechend, es tut mir leid, dass ich jetzt, äh, darauf nicht eingegangen bin, weil ich den Film am Ende, äh, benennen möchte. Es war genau die gleiche Problematik wie mit Godzilla. Äh, es gab einige Leute, die in den letzten Kommentaren irgendwie gesagt haben, oh, ich hab Godzilla, ich hab Godzilla schlecht bewertet, weil er nicht Godzilla war. Nein, ich hab Godzilla schlecht bewertet, weil andere Godzilla-Filme haben gezeigt, was man aus dieser Idee mit diesem Monster machen kann. Dass man Godzilla entsprechende Screentime gibt. Dass man da entsprechend wirklich ansetzen kann. Und einen coolen Monster-Brawl macht. Aber der Film, aber Godzilla 2014 hat das nicht genutzt. Der hat die langweiligste Scheiße mit, mit Build-Up, das Null-Setup, hat ever abgeliefert. Und genau so ist es mit diesem Film. Es ist Setup, 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 Setup für, für nichts. Was irgendwie am Ende dafür dann einen Pay-Off liefern könnte. Das ist irre. Und zwei von zehn Punkten, genauso wie ich es Godzilla gegeben habe, aus praktisch genau den gleichen Gründen. Weil es der langweiligste Shit ever war. Insofern, habt Spaß mit der Kritik. Äh, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen überlang geworden. Ähm, ich werde trotzdem davon absehen, eine Mid-Roll zu schalten, weil das wäre unfair. Äh, ich belasse es bei einer Werbung. Also habt Spaß mit dem Ding. Danke, dass diejenigen, die bis hierher gekommen sind, wahrscheinlich das ganze Video gesehen haben. Sollten euch weitere Kritiken von mir interessieren, habe ich euch zumindest zwei weitere thematisch ähnliche Kritiken verlinkt. Außerdem könnt ihr über meine Kanalseite zu meinen Profilen auf Twitter und IMDb kommen. Dort erhaltet ihr Informationen up to date und könnt meine Filmwertungen verfolgen und im Archiv kramen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.